Vania Coqueta, Katja Webel und ihr zwei sind verantwortlich für viele der hipsten Veranstaltungen und der hipsten Orte in der Stadt Zürich. Sie haben die Geholtzgarten gegründet und betrieben das Montagsmarkt. Heilige Wimba macht Fashion Chosen und tausend Sachen. Jetzt engagieren wir euch gegen Dekopop-Initiativen. Warum? Wir haben viel zu lange gekämpft für Vielfalt. Vielfalt ist etwas Wichtiges und Schönes und Richtiges. Wir haben uns eigentlich immer für Vielfalt eingesetzt auf allen Ebenen. Sei es kulturell, sei es zwischen den Geschlechtern, sei es zwischen den Altersgruppen. Das ist etwas, das die Leute sehr schätzen an unseren Veranstaltungen und das man unbedingt beschützen muss. Jetzt sind wir ja eine echte Plattform für Vielfalt. Man müsste sich mal vorstellen, wir hätten das Street Food Festival gemacht ohne Vielfalt. Wir hätten vielleicht 15 Stände gehabt, nicht 40. Wir hätten nicht alles ausprobieren können. Es wäre sehr einfältig und langweilig gewesen. Von daher, nein, ich glaube, es liegt recht auf der Hand. Leute, die mit Egopop sympathisieren, sagen oft, es ist ein enges Unterschied. Weil so viele Leute da sind, haben Sie recht, zum Beispiel in einer Grossstadt wie Zürich? Wir mussten über das schon lachen. Man fragt sich ein bisschen, wo die Leute eigentlich wohnen. Denn das, was wir wollen, müsste eigentlich am dichtesten sein. Das sehen wir irgendwie niemals. Man hat dort in den letzten Jahren ein paar Mal gefragt, was wir machen müssen, um die Stadt Zürich, die sich ja Weltstadt nennen möchte, lebenswerter zu machen. Und die Antwort kommt eigentlich immer wie aus den Pistolengeschossen. Man muss doch irgendwie einen Weg finden, wie das mehr Leute miteinander leben können. Wie das man höher bauen kann, dichter bauen, Platz besser besiedeln und eben Konzepte finden, wie mehr Menschen miteinander auskommen und sicher nicht weniger. Der zweite Teil der Egopop-Initiative verlangt, dass zwischen 10% der Entwicklungshilfe in Familienplanung in der dritten Welt gesteckt wird. Ändert sie haben auch mehr Positionen? So etwas kannst du zu uns? Das kann ich ja fast nicht sagen. Oh Gott, ja. Ja, wir sind a Frauen, b haben beide gestudiert, c sind wir Unternehmerinnen. Wir finden, Familienpolitik ist Privatsache und es hilft ganz sicher niemandem, wenn wir aus einer Erstweltperspektive aus der dritten Welt vorschreiben, wie viele Kinder das sie haben dürfen. Das ist anmassend, das ist menschenverachtend und das geht nicht. Wenn jetzt so eine extrem restriktive Abschottung, so eine restriktive Verhinderung von Zuwanderung in die Verfassung der Schweiz geschrieben würde, was würde das bedeuten? Ja, also wir würden beide schon mal nicht vor dem schönen Geschenkpapier da stehen. Ja, mich gäbe es da nicht. Ich bin mit etwa zwei eingebürgert worden in der Schweiz. Ich bin auch nicht pass auf die Welt gekommen. Mein Vater ist damals als 68er in die Schweiz gekommen und ich bin da aufgewachsen, ich bin da in die Schule gegangen. Ich konnte eigentlich von allem profitieren, was man in der Schweiz konnte. Und ich für meinen Teil bemühe mich darum, das auch wieder zurückzugeben und das zu pflegen, den Ort, wo man eigentlich, also ich habe die Schweiz immer als einen offenen Ort empfunden und ich möchte, dass das unbedingt so bleibt. Ja, es gäbe Dementiksmart nicht, es gäbe das Kaffeefett am Park nicht, es gäbe Heiligen Bimbam nicht, es gäbe kein Foodfest. Ja, und ich wäre auch nicht da. Ja, ich dürfte leider in diesem Fall nicht die ganze Veranstaltung machen und wirklich mit ganz, ganz guten Partnern ganz tolle Sachen miteinander machen. Und wenn es mich nicht da gäbe, dann gäbe es die ganzen Sachen nicht. Dann müsste ich sie halt leider irgendwo anders machen und ich weiss nicht, ob damit die Umwelt so richtig geholfen wäre. Abschliessend kann man auch noch sagen, ein Kulturbetrieb und eine Gastronomie funktionieren nur mit Arbeitskräften. Das fängt an beim Tälerwäscher und der Putzfrau, geht aber eigentlich bis ins Kader. Und die Initiative stellt also so dar, dass unsere Ausländer Jobs wegnehmen. So ist es nicht, weil es gibt ganz viele Ausländer im Kaderbereich, die eigentlich Risiko auf sich nehmen, Arbeitsplätze schaffen, überhaupt spannende neue Formate schaffen und anziehend sind für andere Menschen. Das heisst, die Initiative greift ein wenig zu kurz. Also eigentlich fängt man den ganzen Gastro- und Kulturbetrieb weg, wenn man das regulieren möchte. Es geht also nicht nur um den Tälerwäscher, es geht wirklich auch um die höheren Stellen. Und darum müssen wir sagen, von uns gibt es ein riesengroßes Nein zu Ecopop. Geht unbedingt stimmen, wir zählen ganz fest auf euch. Jede Stimme zählt und nicht dummes Geläfstel. Also vergesst nicht, euren Stimmzettel einzuhören, wir zählen wirklich auf eure Unterstützung, dass so eine Horrorinitiative wie Ecopop nicht durchkommt. Darum kann ich mich nur anschliessen. Also kein einziger von unserem Betrieb würde funktionieren ohne Ausländer. Da ich selbst Ausländer bin, darf ich nicht stimmen. Deswegen hoffe ich, dass alle für mich ein neigender Stimmen, damit ich noch länger da bleiben darf. Und wirklich schöne Konzepte mit dir! Danke. Danke.